So, wir bekommen den Pounder. Schätz' ich mal, ist was, was von oben nach unten geht. Ziemlich selbst... erklärt sich ziemlich von selbst. So, jetzt die Ordnung hat mich zu den Fortressen auf der westlichen Linie. Es ist eine gefährliche Region, aber ich rieche an Gefahr. Und an Kitten. Ich bin so süß. Das schaut scheiße aus, mal wieder. Oh Gott. Was haben wir denn alles für Gegner? Okay. Keine Fliegenden. Aber trotzdem schaut das nicht gerade allzu schön aus. Ich hätte gesagt, wir machen unsere altbewährte Strategie und nehmen einfach... Das hier. Das hier. Ja, das da. Das da. Ich könnte das da... Ich könnte eigentlich alles zu barrikadieren. Ähm... Mal schauen, ob das hier geht. Okay, das wäre aber schon extrem aufwendig, wenn ich hier so... ... und da hinten und so... ... dann würden die halt nur in die eine Richtung lang gehen. Das wäre halt praktisch. Ich glaube, das mache ich. Okay, da geht es jetzt auf. Und da geht es jetzt auch auf. Okay. Das hier könnte ich schon mal nicht lang. Und dann setze ich da oben einfach wieder eine Menge Bogenschütze drauf. Es wird bestimmt funktionieren. Ja, was, wenn von da welche kommen? Das mache ich hier einfach mal ein paar hin. Und los geht's. Ich glaube, ich nehme wieder dieses Mal den Guardian-Weg. Weil ich glaube, das bringt einfach... Das bringt einfach ein bisschen mehr. Jetzt kommt die schon mit Schildern angerannt oder was? Okay. Sch**** sind das mit. Ich gehe die greifen an meine Barrikaden, Alter. Ich gehe die greifen die nicht an, das finde ich gut. Oder greifen die nicht an? Aber... Ich bin nicht sozial. ich glaube ich habe doch ich weiß nicht können die bogenschütze die schilder kaputt machen oder sind die einfach nusslos gegen die schilder das würde mich jetzt schon irgendwie interessieren das war ja einfach okay da kann ich noch ein hinstellen dann gehe ich hier hin ich glaube ich stelle da drüben noch ein paar auf das bringt es glaube ich am meisten von den ganzen positionen und weiter geht's ich soll vielleicht mal upgrade wie viel kostet denn das überhaupt 500 plus 2000 3000 geld bräuchte ich dann spreche ich mal ein bisschen hey lass meine typen holen ich finde das cool dass die die barrikade nicht kaputt machen ich bin echt sozial von denen die haben auch alle noch volles leben oder ja ist all good warte ich quaint hier mal schnell ähm ja so 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 okay damit hätten wir hier das da und das da genau dann hätten wir die rolle voll abgegradet so Nein... Mein lecker Finger tut's mir... Ich glaube ich nehme jetzt seit 2 Stunden auch oder so... Also... Hab mich bleib... Nein... Verdammt... Wir sind gerade ziemlich weit gekommen... Ein Zeichen für mich, dass ich mir Bogenschüssen hinsetzen muss... Und zwar genau da... Hier noch... Hier noch... Hier noch... Da passt keiner mehr hin... Ähm... Dann da noch... Hat ich gesagt... Da noch einen... So... Irgendwie so Bogenschütze ist in meinem Lieblings... Baubahn... Äh... Baubahn Falle geworden... Oder Lieblings... Äh... Falle... Ich weiß nicht, ob das Falle bezeichnet... Äh... Lieblings-Szenen statt... Ich spiele... Okay... Zehn Wellen sitzt insgesamt... Ist ja nicht so schlimm... Und jetzt habe ich keinen Platz mehr, wo ich was hinbauen könnte... Und jetzt habe ich keinen Platz mehr, wo ich was hinbauen könnte... Hier drüben könnte ich noch ein paar Bogenschützen hin tun... Hier so... Obwohl... Bringst du das... Äh... Da kann ich sowieso... Achso... ich kann sowieso keine mehr setzen... Ja dann... Da brauche ich halt noch ein paar Fallen... So... Sie wollen voll rein und fallen... Sie wollen voll rein und fallen... Holy... Wo kommt der Ogre von hier... Ah... Oh... 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 Das könnte knapp werden... Ich hab zwei Leben verloren. Das war nicht sehr gut. Aber wo kam der Ogre auf einmal her? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Können Ogres über Barrikaden drüber? Das wäre ein bisschen scheiße. Ja, dann einfach mal auf gut Glück. Ok, da drüber passt alles. Ich muss mal auf die Minimap schauen, dass ich auch nichts wieder sehe. Oh mein Gott. Durchgehen die Ogres da. Das ist, glaube ich, richtig für den Erfolg. Oh mein Gott. Fast volles Weh. Nein. Okay, vier Leben verloren. Ich glaube, das sind nur vier Skulls jetzt. Oh, wir haben es geschafft. Ja, vier. Ja. Upgrade bringt was. Ja, bringt nichts. Jo. Dann auf zum nächsten Fall würde ich mal sagen. See you see.